Wenn Sie Anweisungen geben, E-Mails schreiben oder Kurse erstellen, dann wissen Sie, bei Textwüsten steigt Ihre Zielgruppe aus und die Information bleibt nicht hängen. Menschen verstehen Informationen besser, wenn sie visuell vermittelt werden. Sie sind nicht sicher, wie das geht oder woher Sie die Zeit nehmen sollen? TechSmith Software ist die Lösung für alle, die Bilder und Videos nutzen möchten, um Schulungen, Tutorials und Kurse zu verbessern und die Kommunikation zu erleichtern. Seit über 30 Jahren ermöglichen wir es weltweit Tausenden von Unternehmen und Millionen von Anwendern, hochwertige Inhalte zu erstellen, die Sie Ihrem Ziel näher bringen. Und das alles ohne Vorkenntnisse. Ob Sie an einem Produkttutorial, einer Softwareschulung, einem kompletten Online-Kurs oder der kurzen Erklärung eines Ablaufs arbeiten. Sie können im Handumdrehen die passenden Bilder und Videos erstellen, um Ihre Botschaft besser zu vermitteln. Und TechSmith lässt Sie dabei nicht allein. Unsere Tutorials, Webinare, Assets und weiteren Ressourcen helfen Ihnen beim Einstieg. Und unser erstklassiger Support steht bereit, um Ihre Fragen zu beantworten. Überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie unsere Software jetzt gratis. Und entdecken Sie neue Wege, Ihr Wissen visuell zu vermitteln. Testen Sie property. Tic. Einen aus.